Hi Anna, lachst du noch? Ja, gut. Na, du kannst es noch machen. Wie geht es? Wie geht es? Hör zu. Was machst du jetzt? Ich spreng. Alle ganz grossen Dummheiten. Zusammen mit mir, okay? Vertraust mir? Mit deiner Mama. Vertraust mir? Ja, muss ich. Du bist einer von uns mir vertraut. Und du, viel Glück, du sprichst du dich, Stefan. Danke. Geh mal Spass ab. Ja. Geh mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020